So, wir gehen also ins Ödland zurück und gehen da jetzt weiter, genau. Denn mittlerweile haben wir ja eine neue Fähigkeit bekommen. Eine total tolle Fähigkeit, mit der wir total toll springen können. Und Grundvoraussetzung dafür sind einfach nur diese Schuhe, die wir jetzt immerhin anlegen können. Bup, 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 und wir müssen das hier einfach mal machen. Und wenn wir hier einfach mal hochspringen, wenn wir hier einfach mal gucken, dann kommen wir hier in das Loch, in das der Grabbohrer abgetaucht ist. Und dann können wir hier einen neuen Abschnitt des Hexolandes unter die Lupe nehmen. Das Sumpfgebiet, coole Sache. So, Guarantee Industries, glaube ich. Achso, genau, das ist dann der Eingang zur nächsten Welt. Dort hinten ist der Grabbohrer hochgefahren, interessant. Ja gut, okay, gucken wir uns kurz mal um. Hier müsste ja eigentlich auch irgendwo dann noch der letzte Jinjo oder so sein, des Hexolandes. Alles andere würde ja wenig bis gar keinen Sinn ergeben. Hier brauche ich die Profi-Plops-Schuhe, ansonsten komme ich da gar nicht hoch. Ein Jinjo fehlt uns ja noch im Hexoland. Und dass ich den jetzt in den bisherigen Gebieten irgendwo übersehen habe oder so, das kann... Das kann sein, aber ich glaube es nicht so wirklich. Das sieht sehr sumpfig aus. Klar ist das Sumpfgebiet, aber da sollte ich dann tunlichst wahrscheinlich eher nicht reingehen. Hier haben wir irgendwo was Jinjo-mäßiges gehört. Jinjo, 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 Jinjo. Giftmüllfässer, tralala. Ich kann hier hochspringen oder so? Ja doch, das sieht so... Moment. Das sieht ja wohl so aus. Ups. Ja, ja, da ist mein Jinjo. Mein Jinjo des Glücks. Ich will mein Jinjo des Glücks haben. Komm. Huh. Genau. Komm her. Ich rette dich, ich rette dich. Was? Wie? Warum? 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 Das kann nicht sein. Mir fehlt noch ein Jinjo. Mir fehlt noch ein wunderbarer Jinjo. Das hier kann kein Jinminjo sein. Das so. Scheiße. Kann man hier irgendwie auf diese Brücke drauf? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Äh, was ist das denn da? Cauldron Keep Secret Exit? Was? Aha. So viele Plopschuhe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also so einfach ist das dann offenkundig mit dem kleinen süßen Jinjo nicht. Hier finden wir zumindest die Profi-Plopschuhe. Aha, interessant. Weil da habe ich mich jetzt auch so ein ganzes bisschen gefragt, wo die sein könnten. Und hier in der Mitte haben wir natürlich den Teleporter, den wir aktivieren können. Super. Äh, was ist das dort? Kann ich hier an das Rohr ran? Nein, offenkundig nicht. Hm. Blöde Sache. Ja, dann gehen wir uns ein bisschen die Möglichkeiten aus. Vielleicht. Na gut, okay. Das hier ist ja nicht das letzte Gebiet der Oberwelt. Sagen wir es mal so. Kann also schon sein, dass da noch irgendwo irgendwie ein Jinjo kommen wird. Aber. Ja, ja. Der Minjo ist jetzt mal wieder aktiv. Aber so richtig. So richtig glücklich und zufrieden bin ich nicht. Weil ich gedacht hätte. Na gut, okay. Dann müssen wir damit leben. So. Wenn wir jetzt aber hier reingehen. In die Grunty Industries. Die Grunty GmbH. Und hier mal in die Statistik gucken. Dann müsste jetzt hier doch eigentlich, genau. Welt 6 sein. Oh. Und wir haben doch schon ein Jinjo hier. Dann zählt der Jinjo also doch schon. Aber es wurde noch eigentlich angezeigt. Ist ja interessant. Der Jinjo, den wir erreicht hatten, als wir in der Jolly Roger Lagune umhergetaucht waren. Ich war die ganze Zeit davon ausgegangen, beziehungsweise ich war später davon ausgegangen, dass der Jinjo auch zur Jolly Roger Lagune gehören müsste. Weil hier im Statistikbildschirm ja nichts angezeigt wurde. Aber das entsprach nicht der Wahrheit. Er hat gezählt. Die ganze Zeit. Interessant. So. Diese Welt hier ist auf eine gewisse Art und Weise berühmt und berüchtigt. Auch bei mir muss ich zugeben. Weil sie ist speziell. Sagen wir das mal so. Ihr seht jetzt schon. Das hier ist eigentlich die gesamte Oberweltkarte dieser Welt. Könnte man so ungefähr sagen. Der Rest spielt sich alles dort drin ab. Oh. Da haben wir auch einen wunderschönen Notenschlüssel. Das spielt sich alles dort drin ab. Aha. Ab und zu Fenster aufsprengen und so weiter. Das kann man. Das gehört dazu. Boing. Können wir schon mal machen so ein bisschen. Obwohl. Naja. Weiß ich nicht. Ich werde es mir schon einigermaßen merken können. Wo ich. Au. Wo ich reingehen kann und wo nicht. Okay. Ja. Gut. Komische Leute mit Schraubenschlüssel. Ich dachte zuerst, es wäre ein Charakter, mit dem man sprechen kann. Deswegen habe ich mich um den nicht gekümmert. So. Das ist jetzt jedenfalls der Haupteingang. Also wie gesagt. Alles spielt sich irgendwie da drinnen ab. Und es ist sehr. Ja. Schwierig. Schwierig. Ja. Schwierig ist. Schwierig trifft es irgendwie ganz gut. Weil es alles nicht so. Äh. Nö. 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 Ja. Oh. War falsch. War jetzt aber prinzipiell nicht so schlimm. Wobei. Ja. Okay. Es ist in dem Sinne ein Sumpfgebiet. Das heißt klar. Wir werden hier angeknabbert. Aber einen kleinen Trick gibt es. In der Beziehung. Was für jedes. Jedes. Sumpfige. Sumpfige. Gebiet. Pff. Nochmal. Was weiß ich. Hier ein bisschen. Hier ein bisschen. Das Leben zelebrieren. Und auch so ein bisschen gucken. Ob hier vielleicht irgendwo irgendwas versteckt ist. Oder so. Also das ist ja auch immer so eine Überlegung. Die sollte man ja nicht. Außer Acht lassen. Ja. Ja. Nur sollte man sich da noch einigermaßen dran halten. Bei dem was man sagt. Aha. Jetzt dürfte ich nur das Problem haben. Dass hier natürlich absolut gar nichts ist. Ah. Ein Jinjo ist hier irgendwo. Aber wahrscheinlich steht er oben. Bup. 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 Das Hauptproblem. Oh. Okay. Und man sollte anscheinend auch ein paar mal springen. Weil wenn man zu lange läuft. Dann hat man auch ein Problem. Ähm. 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 Das Hauptproblem jetzt gleich zu Beginn ist erstmal in die Grunde GmbH überhaupt rein zu kommen. Und ich glaube damit hatte ich damals schon relativ viel Zeit verbracht. Weil ich absolut nicht wusste was man hier machen soll. Und ja. Dann ging eben das rumprobieren und rumraten los. Gut. Machen wir es jetzt erstmal so wie das Spiel es eigentlich will. Dass wir es machen. Also. Kann ich in das Rohr rein oder kann ich hier nicht rein? Ich würde fast sagen nein. Aber irgendwie müssen wir es ja schon ausprobieren. Vielleicht kann hier rein. Interessant. Aber hier ist nichts. Seltsam. Hätte ich jetzt fast drauf wetten können dass hier irgendwas sein müsste. Na gut. Gut. Egal. Entschuldigung. Muss mich jetzt ganz klein bis kurz machen. Dab, 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 dab. Ähm. Ähm. Jetzt können wir hier erstmal hoch und können auf das Dach gehen. Hier finden wir Federn. Hier finden wir ein Schild. Interessant. Keine Batterie zur Verfügung. Sucht doch mal hier. Erstens. Über dem Ein- bzw. Ausgang der Welt. Zweitens. In der zweiten Etage. Bewacht von Droiden. Drittens. In der zweiten Etage. Nahe der Tür zum Elektromagnetraum. Viertens. In der dritten Etage. Nahe Mumbo's Schädel. Aha. Ja. Und jetzt merkt euch das alles einfach so. Zack. 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 Ja. Habt ihr euch nicht gemerkt? Ja. Schlecht. Was seid ihr für unaufmerksame Zuschauer? So. Äh. Gehen wir dann erstmal. Ja gut. Über dem Ein- und Ausgang der Welt. So was sein. Eine Batterie hat er ja gesagt. Ja. Das müsste dann ja zwangsläufig irgendwie hier sein. Und da oben springt in der Tat etwas herum. Hallo. Was bist du denn? Eine kleine Duracell-Batterie oder so. Ich kann dich nicht einsammeln. Ich kann dich betäuben. Und. Ich kann dich betäuben. Ich kann dich betäuben und dann nicht einsammeln. Weil ich die Batterie wahrscheinlich in Banjos Rucksack unterbringen muss. Aber dafür kann ich Kazooie nicht gebrauchen. Was wiederum bedeutet, dass wir die Batterien auf, ja, bei irgendeinem bestimmten, ja, zu irgendeinem bestimmten Punkt. Immer wieder bringen müssen. Und das Ganze relativ nervig werden könnte. Hooray. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal. Hier weiter. Es hilft dir nichts. Es hilft dir nichts. Halt, Moment. Dort ist irgendwas zu finden. Ah, ah, cool. Schnup, schnup. Ah. Bahnhof der Grundi GmbH. Hier draußen ist der Bahnhofsschalter zu finden. Okay, das ist relativ clever. Jetzt in dem Moment. Die Bahnhofstüren sind offen. Es gibt keinen Zugang in das eigentliche Fabrikgebäude rein. Was bedeutet das für uns? Wir müssen uns natürlich Chaffi schnappen. Und dann einfach mit dem Zug in die Grundi GmbH reinfahren. Ja. Oder wahlweise nochmal hier hinten gucken. Weil hier könnte ja auch irgendwas sein. Dopp, 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 dopp. Zum Beispiel irgendwelche Kisten. Mit irgendwie einem Schalter? Was ist das für ein Schalter? Der öffnet irgendwo ganz oben etwas oder so. Der öffnet da eine Tür. Wo ein blauer, süßer Schnups-Ginjo ist. Ja. Blöd nur, dass man hier zu zweit sein muss. Wobei ich jetzt stelle ich gerade fest, dass ich die Musik relativ gerne mag hier irgendwie. Ich weiß nicht. Hat sowas auf eine gewisse Art und Weise auch bedrohlich? Das ist sicher klar, aber irgendwie, ne? Gefällt mir. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Was passiert, wenn ich hier hochgehe? Ist das der normale Weg zum Ginjo? Ne. Emergency Exit. Floor 1. Aber die Tür wird sich auch nur... Entweder unter bestimmten Voraussetzungen öffnen. Oder aber... Na gut, wir können mal folgendes ausprobieren. Ab und zu könnte sowas ja auch klappen. Boom. Ne, keine Chance. Die haben ja im Endeffekt dieselbe Wirkung wie die Granateneier. Also wenn es mit den Zeitbomben... Scheiße. Wenn es mit den Zeitbomben-Eiern nicht klappt, dann... Äh... Sollte es mit normalen Granateneiern auch nicht klappen. Bab, 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 bab. Na gut, die Profi-Plop-Schuhe haben wir jetzt schon gefunden. Was ist denn dort hinten? Das sieht doch perfekt so aus, als könnte dort irgendwie... Jam-Jaws sein oder so, oder? Oder nicht? Oder doch? Hier ist zumindest ein Blätterdach. Ne, hier ist ein... Ein Hase? Hallo. Sieh dir mal meinen Arbeitsanzug an. Ich werde echte Schwierigkeiten bekommen, wenn der nicht wieder sauber wird. Oh mein Gott. Du arme, kleine, schnufti-Hase. Der hat sich dreckig gemacht. Verdammt nochmal. Mach bitte meinen Arbeitsanzug irgendwie sauber. Das bekomme ich jetzt mit Eiern aber auch nicht hin. Da werde ich später noch etwas ganz Besonderes machen müssen, damit das funktioniert. Ach Gott, ist das herrlich. Na gut, okay. Schnups, schnups, schnups. Schnups, schnups. Wenn wir jetzt hier rauf gehen, finden wir hier... Den, nicht den Jinjo des Glücks. Man, die Minjos gehen mir ja schon irgendwie auf den Sack. Ich freue mich immer so total, wenn ich die sehe. Und dann, also, Jinjos. Dann sowas. Ja gut, aber jetzt sind wir einmal drum herum gegangen und haben festgestellt, hier gibt's nichts mehr, oder? Sehe ich richtig? Ja, und genau das war damals mein Problem, dass ich absolut nicht wusste, was ich in dieser, also wie ich in dieser verdammten Welt bitte schön weiterkomme. Und ja, da kann man, das kann dann schon mal einen Moment dauern, bis man dann irgendwie auf die richtige Idee kommt. Sprich, irgendwie Bahnhof benutzen, beziehungsweise Chaffee benutzen, um dann in die eigentliche Welt reinzukommen. Das heißt, wir verlassen jetzt geknickten Hauptes, äh, die Grundi GmbH und gehen jetzt irgendwo hin, wo wir relativ schnell, wo wir relativ schnell Zug fahren können. Das dürfte ja eigentlich die hohe Klippe sein, weil das ist der einzige Bahnhof hier direkt bald auf der Oberwelt. Chaffee müsste zwar noch im Pteridactylusland herumstehen, aber das sollte ja jetzt nicht so das Problem sein. Chaffee hierher zu holen und uns dann in den Zug zu setzen und dann zugrunde die GmbH zu fahren. Aber die Idee finde ich wirklich extrem und ziemlich gut. Also, auch generell, dass die Welten ja so, das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass die Welten so untereinander wirklich vernetzt sind. Von man von der einen Welt in die andere Welt kommt und so weiter und so fort. Das macht die, macht das alles ein bisschen, Chaffee betrachtet die Höhlenmalereien im Pteridactylusland, was? Okay, das macht die Welt irgendwie glaubwürdiger, möchte man so sagen. Also bei Banjo-Kazooie hatte das wirklich etwas von Teleport und du wirst irgendwo hingebracht und das könnte wer weiß wo auf der Welt sein. Aber hier, hier hat man echt das Gefühl, eine zusammenhängende Umgebung einfach vor sich zu haben. Etwas, ja, Lebendiges, nicht ganz so Abstraktes. Sondern so wie es tatsächlich sein könnte. So oder so ähnlich. Naja, okay. Wie es tatsächlich sein könnte. Wenn man ein Bär und Bäre und eine Vogeldame als Freundin hätte oder so. Ähm, ich möchte jetzt in die Grunde gehen, wir haben. Schnup, schnup. Chukka, 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 chukka. Chaffee hat total Spaß, glaub ich, die ganze Zeit so durch die Gegend zu fahren. Was mir bei dem Zug so ein bisschen fehlt, das sind Augen. Ich meine, ich find's cool, dass Bricetto Blanco zu einem spricht und so. Aber eigentlich wär's noch viel cooler, wenn Chaffee Augen hätte. Und dass man sich mit der Lokomotive richtig unterhalten könnte. Ich meine, fast alles in diesem Spiel hat Augen, hallo. Warum hat dann der komische Zug hier keine Augen? Rare, da habt ihr echt Mist gebaut hier. Das wäre viel, viel besser gewesen. So. Bahnhof, der Grunde GmbH. Cool. A56. Könnte man irgendwas mit dem Kissen hier machen? Ich glaub nicht. Defective Goods. Äh. Äh. Also, defekte Waren wahrscheinlich irgendwas in der Art. So, Ölfässer sind für unsere Feinde? Ich sag's doch. Alles mögliche hat Augen. Ja, natürlich. Ölfässer hat Augen, aber den Zug natürlich nicht. Ja, alles klar. Genau. Das ist ein inkonsequenten Entwickler hier. So. Ist das hier oben? Aha. Frigil. Zerbrechlich. Äh. Hui. Äh. 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 Wow. Hering hat gleich mal ein Geheimnis gefunden. Ganz alleine. Ganz alleine, ganz alleine. Tralalalalala. Und das nur, weil er sich ein bisschen umgeguckt hat. Ja, ab und zu kann ich das nämlich auch. Das ist schon... Ja. Das war schon echt gut. So. Äh. Jetzt haben wir... Moment. Jetzt haben wir da eine Tür mit einem blauen Licht. Und... Was ist hier oben? Hier oben ist nix. Äh. Hier oben ist nur zum Umgucken, beziehungsweise... Achso, jetzt wäre ich auch so zur Kiste gekommen. Ja, ha. Ja, ha. Äh. Da habe ich voll einen coolen Sprung gemacht. Das müssen wir jetzt mal danach machen. Egal. So, dann gehen wir jetzt mal hier raus. Okay.